ARD Text im Auftrag von Funk Yo Leute! Hallo! Jetzt komme ich hier zurück zu Minecraft-Tickleut. Aua! Ich bin auch da! Ich schalte hier rum. Und... Alter, sieht das geil aus! Ich krieg fast einen harten. Aber nur fast. So geil ist es auch wieder nicht. Ich baue an dem... Ich habe übrigens eine Methode gefunden, wie es leichter geht. Jetzt, was ich in der letzten Aufnahme anfangen wollte. Jetzt brauche ich 4x61224 Lapis Lazuli. Das haben wir. Ja, gerade so. Wir haben knapp 1000. Danke doch, haben wir. So, und wie sieht es aus mit Electronic Circuits? Die haben wir natürlich nicht mehr. Nein, die habe ich eben gebraucht. Eine neu gebaut. Gut. Wie gehen die nochmal? Ey, ich weiß es nicht mehr. Ist schon zu lang her. Copper Cable, Re-In-Find und Redstone, genau, oder was? Ja, hack mal ein bisschen Re-Find-Iron noch in das System rein, das ist... Copper Cable... Was, ist das echt schon wieder weg? So gut, nur noch 100 Stück oder so. Ja, komm, Alter, 100 Stück. Bin's gewohnt, dass wir 1000 von allem haben. Re-Find... Mir egal. Wir haben von dem Re-Find noch 150 fast, das reicht erstmal. Wo davon brauche ich jetzt erstmal? Nein, ich brauche davon einige mehr. So, ich mache jetzt einfach mal wieder 15 Circuits. Mal, das sieht das geil. Ein Lapodronen-Kristal, zwei Lapodronen-Kristal. Vier Lapodronen-Kristal. Weißt du, wie viele Diamanten das sind? Ja, vier. Sicher? Ja. Aber, danke der Nachfrage. Die Wände und den Boden... Ich hab die übrigens schon fertig gecraftet. Copper, Silver, Copper. Oh, Sven, so sieht das richtig geil. Sowas hat, das hat was. Mir gefällt's jetzt so richtig geil. Copper, Silver, Copper. Warte mal, jetzt da. Ich bin grad überfordert. Konzentrieren, die Uhrzeit hier. Spätes. Copper, Silver, Copper. Ja. Vier Uhr morgens. Vier Uhr morgens. Vier Uhr morgens. Und immer noch am Aufnehmen. Eben. Wir müssen jetzt das halbe Jahr voraufnehmen. So. Bester. Ja, wissen wir. Ah, wie geil. Michael, guck. Komm, Michael, komm her. Komm, komm, komm. Warum? Du sollst das angucken. Warum? Achso, ja, dein Würrkabel da. Dein Würrkabel da. Okay, ich brauch noch einen. Alter, Strom ist aus. Futur. Kann nichts sein. Doch. System hat kein Strom mehr. Ja, was ist jetzt? Alles clean. Futur, kein Strom mehr. Kann nichts sein. Doch, wir haben kein Strom mehr. Unmöglich. Film ist aus. Tatsache ist aus. Ja, und ich weiß auch warum. Komm mal zu mir. Ja. Das ist wohl das für Kabel hier. Schau mal, siehst du da dieses Kabel? Das hier, wo keine Verbindung hat? Ja, genau, das Kabel. Ja, genau, das Kabel. Soll ich's anbinden? Ja, wär ne Idee. Hat's wieder Energie. Gut. Kann ich ja weiterarbeiten. Schau mal raus? Äh. Da. Hier ist irgendwo da vorne. Aber sieht doch jetzt cooler aus. Malcus, aber das ist nach dem System, das du hier nicht fragen. Guck mal, Malcus. Also da blick ich selber nicht mehr durch. Ich blick sie selber nicht durch. Nicht mal ein Kabel blick ich durch. Das ist total gefährbar, was wir hier gebaut haben. Ich treff. Zum Beispiel ist es nur Minecraft. Nee, ist nicht so schwer. Nicht so kompliziert. Ne. Hast doch nur du geklappt. Ist auch so. Mach mal hier Platz, hier blickst du echt nix mehr was. So, jetzt brauche ich wieder Electronic Circuits. Achso, jetzt habe ich zu unserer Mine durchgebaut. So, wie war das jetzt? Circuit und zwei, wie heißen die Lutscher, Futur? Weiß ich doch nicht. Vergesst nicht, wie die Lutscher heißen. Y-Ring. Äh, Markus und Sven heißen die Lutscher. Nee, glaub, da hast du dich vertan. Achso. Sven, aus was soll ich die Decke machen? Aus Cobblestone, oder? Deiner Mutter. Aus deiner Mutter? Mutter aus deiner Mutter? Ja. Hört sich ziemlich geil an. Die Decke aus deiner Mutter. Ja, hat was. Ey, Markus, es wäre schon geil, oder? Soll ich meinen Anzug einfach komplett in schwarz machen? Ja. Hätte schon was, oder? Ja, schwarz wird rein. Komplett schwarz einfach. Muss ich zwar mir fünf Hologramm-Emitter bauen, aber das ist nicht so das Problem. Dann bin ich quasi nur noch so ein wandelndes Hologramm. Komplett meine, ja. So gut, jetzt habe ich das jetzt. Jetzt fang ich mal, ich fang mal hier mit an. Was ist denn hier sinnvoll? So, das hier habe ich jetzt ja schon mal. Ja. Ja, was soll ich dicke machen? Das Cobblestone, oder? As Vulcan. Mir egal, überlegt dir was. Oh. Standbild. Er überlegt mir was. Ja, überlegt dir was. Er überlegt dir was. Der Flix hier nix. Oh, wir haben jetzt mal wirklich... Brauche ich Nightwishen? Dann nämlich Cobblestone. Ja, Plasterstein. Ja, wie viele Pflastersteine haben wir denn noch? Oh, 84. Ja, 84. Ja, kann ich sagen. Doch. Du meinst, wenn dann Stone und nicht Cobblestone. Pflastersteine. Ja, da haben wir doch 2000 über. Okay, Leute. Wir haben 245 Boxen. Ich muss mir jetzt nen Zettel holen. Was Zettel holen? Ich muss mir jetzt nen Zettel holen, ich schreibe mir jetzt auf, was ich jetzt in die Rüstung reinbauen will. Weil nicht, dass ich hier 7 Sachen 7 mal crafte. Und ich crafte 7 einzelne und brauche letztendlich 7 mal das gleiche Teil. Sven, ähm, was ist denn eigentlich mit unserem Messerator oder so irgendwas? Was? Ja, wir haben noch Eisenerz drin, das wird nicht verarbeitet. Verarbeitet? Oder was meinst du? Ja, weil du Messerator hast du abgeknipst. Ja, den hab ich abgeknipst. Genauso wie... Warum? Die hatte ich vorhin mal abgeknipst, weil ich das gebraucht hab. Und ich kanns gern wieder anbinden, dann arbeitet jetzt alles wieder. Ja. Ja, das Problem ist, ich hab Pulver, wirft's in den Ofen und ich hab wieder den Baden, den ich da vorhin im Messerator geworfen hab. Das ist aber leicht assi. Deswegen muss ich den abspacken, wenn ich nen Pulver brauch. Und da ich hier und da und mit Pulvern zu tun hab, hab ich den grad abgeschlossen gelassen. Aber jetzt läuft ja dein Zeug alles durch. So. So. Und ich hol mir jetzt nen Zettel, weil das kann ja wohl nicht sein. Ich glaub das wird nämlich richtig geil, was ich da war. Mach das. Und ich überleg mal, ob wir der dritte Quorby anschließen müssen. Ups. Und alles gut machen. Classic Mart. Ja, dass man Glasflaschen. Das hat man gehört. Das kann man so sein. Du bist halt inkpetent. So, Boss Back. Und jetzt schauen wir mal rein, was wir da bauen wollen. Fangen wir doch mal mit der Handy an. Fangen wir mal mit... Nein, ich fang nicht mit der Handy an. Ich fang mit meinem Helm an. Dafür brauche ich... Hologramimiter. Einmal. Und... Control Circuit. Da ist auch noch ne Tür, oder wie? Und... Kann ich da nix sehen, was du da machst? Einmal. Ich schreib grad übrigens nur Futur. Seh ich auch nicht. Ist klar, dass du es nicht siehst. Da haben wir uns halt Ding versorgen jetzt mal cool. Cool. Die Quorby ist an. Betreiben. Solar Panel einmal. Oh, ich hab jetzt nicht zusammenzustellen. Oh, ich hab jetzt nicht zusammenzustellen. Control Circuit noch zweimal. Und denkst du eigentlich mal dran, den überhaupt zu stellen? Kann ich. Nur bei Battlefield. Weißt du, ob der Blech scheiße ist? Servo Motor. Du einmal. Und das? Sag dir einmal. Fällger drauf. Fällger drauf. So unter Wasser atmen, glaube ich, brauche ich nicht. Ich brauche auch noch Ding. Eve muss ich mal wieder machen, das ist im Neck. Ab jetzt brauche ich mein Account. Ich brauche ekenergy shield. Das heißt, ich brauche ein... Was ist nochmal Eve eingesprungen? Ich hab ein neuer Account gekauft. Achso. Wie er schweigen kann. Bei Force Field Emitter. Hat das noch mehr Geld ausgegeben? Nein. Holo Ding ist sie. Ja. Warum? Weil ich wieder spielen wollte. Müsste 15 Euro zahlen. Achso. Dann konnte man nicht das alles. Oh nein. Oh nein, Markus, ich hab ne viel geilere Idee. Pfff. Markus. Markus. Markus, ich machs unsichtbar. Alle, wir haben nur noch 17 Diamanten. Was hat gewesen, wenn sie einen ganzen Diamanten gemacht? Wir haben mit den Diamanten gar nichts gemacht. Ich hab's im Inventar, glaube ich. Nein, hab ich nicht. Wer hat die ganzen Diamanten? Wir haben noch 17 Diamanten. Wer hat die ganzen Diamanten jetzt mal ohne wisst? Da liegen sie. Du würdest auch mal die Tische wieder leer machen, dass ich auch was arbeiten darf. Ja. Macht doch. Ich benutze die Rezepte die ganze Zeit immer wieder. Immer wieder die gleichen. Ja, jetzt schreibe ich mir ja auch alles auf, damit ich nicht immer wieder das gleiche mache. Was sind's in der Panzer? Damit hätte ich das erste Teil dann fertig, weil ich brauche mir hier das, 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 das. Das brauche ich, das brauche ich. Ich brauche noch jetzt Diamantzahnräder. So. Wo noch ein paar Eisenzahnräder, dann ein Goldzahnrad, zwei Goldzahnräder. Ich habe einfach 1200 und es wird einfach immer mehr. Alter, Markus. Was? Wir haben ein Feature mit dem, was ich unsichtbar machen kann. Na schön. Soll ich das benutzen oder nicht? Mach halt. Wäre schon eigentlich geil, ne? Eins, zwei, drei, ist halt teuer. Vier, eins, zwei und dann zwei Control Circuits. So. Hier wieder das Energy Shielding, dafür brauche ich wieder zwei Frostfield-Immeter. Batterie habe ich schon eingebaut. Benutze ich einen Kleider? Keine Ahnung. Kleid. Ja, ein Kleider, glaube ich, benutze ich. Brauche ich Kleider wegen zwei Stück. Goldzahnräder, brauche ich auch scheiße. Oh, selber. Oh, selber. Ja, wenn ich die Steine habe, würde ich schwinden, ey. Scheiße, Alter. Ey. Scheiße. Boah. Fick dich, Alter. Schau, jetzt habe ich wieder eine große Aufgabe gefunden. Jetzt bin ich jetzt nur wieder beschäftigt für vier Folgen oder so. Dann sagen wir mal wenigstens Zeug. Energy. Ne, der dokumentiert ist irgendwie immer anders. Ja. Nehm. Ne Transportrohr und Energierohr. Hast du die Energierohre noch, Sven? Bei. Wie viel? Bei. Wo ist der Rest? Verbaut. Ich habe das eine Kabel von da unten nach oben geleckt. Das waren fast 20 Blöcke. Wie gesagt, da machen wir. Nein, machen wir nicht. Aber wir können die Maschinen eigentlich unten hinstellen, Futter, weil ich brauche die so gut wie nie. Wir brauchen die eigentlich nie. Wir können die auch unten direkt an die Energiequelle stellen eigentlich. Wie wäre es damit? Warte. Warte. Energierohre nur. Ja, schau, dann nimm du das und das und schließ es unten bitte an. Einfach an die Rohre stellen. Oder da, ich habe es dir hingelegt. Muss ich denn? Äh, scheiße, ich habe den MV Transform abgebaut. Das ist scheiße. Das ist richtig scheiße, Futter. Scheiße, es ist nur ein Maschinenblock. Mach du mal hier. Nein, ich mach das nicht. Das ist schön jetzt deine Aufgabe. Hier, ich mach das andere. Nein, ich bau den jetzt nicht wieder neu. Dann mach's gleich boom. Ja, ne, es macht nicht boom, weil wir haben überhaupt keinen Strom mehr, solange das Ding nicht da ist. Ja. Mach's mal, ne. Mach's mal. Ne, mach's mal eben. Was scheiße. Ne, ich hab's blöcke. Na, wenn man. Was. Mal deine Scheiße wiedergutmachen. Unglaublich. Denk vorher mal nach. Muss auch arbeiten. Und sind wir bald arm. Du bist nur ein Lass. Du hast einfach mal lässt die Technik was da. ja ich soll es abbauen aber nein aber es auch wieder nicht richtig ja du sollst die maschinen abbauen die ich dir gesagt habe das war halt im weg gestanden also ich mache das ist einfach mal abgebaut weil das steht halt so eine maschine und die war die halt ein bisschen im weg gestanden ja was die maschinen bei dem mv-transformer glück input ist so blöcke man so muss stimmen zumindest hier unten angeschlossen und da hier unten nichts in die luft fliegt dürfte hier oben auch nicht in die luft fliegen außer ich habe einen grafikfehler da hoffen wir es mal nicht es lebt es arbeitet hast du gut gemacht muss ich dich mal loben du musst jetzt wieder vergleiten foto wir haben hier noch in der wand weiß ich nicht mehr wo ich war wegen dir alles haben was ich alles macht muss immer so den movement hier hatte ich jetzt da beschreiblich und hier kommt nachher mal rüber wenn ich euch sage jetzt dann kommt ihr mal rüber okay stein für stein ich brauche ich irgendwas damit ich schneller schwimmen kann eigentlich nicht oder wir sind eigentlich kaum im wasser unterwegs oder soll ich lieber doch mal nehmen als wir doch im wasser sind das stimmt wir bauen ja noch einen hafen ja stimmt da wäre es dann vielleicht sinnvoll wenn ich mich im wasser fortbewegen kann mensch dass du immer jeden ficken willst oder sich nicht schock absorber was machen wir jetzt das passt dass du dir für eine rüstung zusammen ja auch geil für 1 und gadget brauche ich zwei servo motoren und zweimal wolle voll aufwendig und wolle fängt euch in nahrisch gravity unter ihr quality hört sich gut an und dann noch hier das letzte teil jetzt kommt das schwierigste teil ich werde mir die railgun installieren und einen wie heißen die dinger jetzt hv kapacitor ist das jetzt warum geht das nicht kacke bist ich glaube du darfst sogar schon ich darf schon da brauche ich jetzt ein und es läuft es geht auch die oberen Kästen so wie das heißt drei eisen und ein Solenoid ich bin schon mal fertig und Dekoration müssen dann zu mir nicht noch mal machen bin jetzt aber erstmal beschäftigt für die nächsten Anfolgen so ich sage mir sind jetzt nicht mehr zu einem weiteren Anfolgen von meinem Aufdeckleut bis denn nun tschüss Tschüss Davos Bis zum nächsten Mal.